Guten Abend Los Santos, mein Name ist Fabio Cazdello. Viele von euch kennen mich. Ich bin von der Staatszentrale, das ist richtig. Ich wollte erst mal gar nicht über dieses Thema sprechen, aber das LSPD wollte es so, dann bekommen sie auch mein Wort. Und es geht auch persönlich an den Typen, der genau weiß, an wen das gerichtet ist. Das LSPD hat in letzter Zeit versucht, die Schallzentrale auf den Boden zu knallen. Doch das werden sie niemals erreichen können. In der Welt von Los Santos gibt es Waffenkriminalität, Intrigen und Stolz und Ehre, das beschmutzt wird von dem LSPD. Sie versuchen uns Tag zu Tag von Tag uns zu verhaften, Razzien und alles andere, nur damit wir im Gefängnis landen. Doch ich von der Schallzentrale kann sagen, macht nur weiter so. Ihr werdet in naher Zukunft sehen, was auf euch zukommen wird. Denn wenn die Bandenkriminalität, die Höchststrafe NPD getroffen wird bei uns, werden wir umso mehr Geld verdienen damit. Von Tag zu Tag holen wir das schöne glänzende Gold aus der Staatsbank raus. Und das weiß jeder hier in Los Santos, dass das LSPD gar keine Chance hat, uns das zu stellen. Natürlich ein-, zweimal müssen wir das PD auch gewinnen lassen. Sonst wäre es doch zu dämlich für die Völker von Los Santos, dass die denken würden, dass das PD nichts zu tun hat und dass das PD nichts kann. Sie? Und sie? Das wärs von mir erst mal. Aber an einen und genau der, der weiß, wen ich anspreche. Auf gar keinen Fall wirst du uns schnappen. Auf gar keinen Fall.